Hallo mein Lieben, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Pranzergaming. Ich heiße euch herzlich willkommen für hier das Video. Zunächst fangen wir an. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es mit euren Eltern, Freunden, Familien, wie auch immer. Trotz Corona macht das Beste einfach drauf. Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Geld, viel Sex, alles erdenklich Gute auf dieser Welt. Nicht wundern wir haben jetzt den 25. Dezember halb eins, morgens, nachts. Ich werde dieses Video vorprogrammieren, äh, voraufnehmen, vorproduzieren, meine Fresse. Und werde es gegen Mittag hochladen für euch, dass ihr jeden Tag ein Video kommt. Ja, soviel dazu. Wir werden heute auf spontaner Art den Deathmatch nochmal zocken, so wie es jetzt aussieht, auch hier auf Wait sehe ich gerade. Und zunächst möchte ich sagen, ähm, habe ich momentan nämlich das Problem, schon hätte ich schon längst, äh, andere Spiele mal gespielt, äh, ja, God of War oder Warzone oder auch die Kampagne von CD, aber momentan ist es noch so bei mir, entweder ihr Games Sound oder ich hab Games Sound, böse Sachen mit dem Headset, alles was so, Bilo Headset noch war. Ähm, aber als Astroah 40 ist jetzt unterwegs zu mir, das würde ich denke, was Ende des Jahres kommen, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Wir haben aber das Problem auch nicht mehr, ja, da werden wir das auf jeden Fall auch angehen. Ich denke mal, vielleicht bevor wir das vor spielen, aber ich hab das jetzt auch erst angezogen bevor, ich hab das auch immer wieder gespielt. Und ich denke mal, wir werden erst so, CD-Kampagne zusammen, da wäre es so, – so, dass es so, sie sind – mehr und mehr – Hund und ebenfalls – und sonst könnt ihr gerne mal die Kommentare schreiben und erzählen wie denn euer Weihnachten oder als euer Heiligabend zu war, auf jeden Fall verbracht mit Familie oder Freunden. Was habt ihr so gedrehen, was habt ihr so gemacht, was gab's zum Essen. Was hat aber schon auch noch dazu merken gerne auch auf die Videobeschreibung klicken dort findet ihr den Link zu meinem Instagram und TikTok-Schein hier auch gern ein Follow-Oder lassen ihr wisst Support ist kein Mord und unterstützt mich für meinen Traum zu filmen für meine YouTube Karriere in Anführungszeichen und wir haben nicht viel zu ersten ersten kommen werden hoffentlich ist du dabei bist in der Detail unserer Brain Family ja so wir gehen wieder konzentrieren uns zu ihr aufs Game sowas hat passiert hier was ich eben mit dem Teammate anschießt und äh NILÄH wie gesagt ich finde die AKCM4 Wait eine sehr gehypte Map finde ich meiner Meinung nach ich finde sie ganz cool ähm wie gesagt ich bin eher so GB-Spieler und auf GB-Spieler und auf GB-Spieler das ist einfach anstrengend finde ich meine Meinung ja aber anderes Richtiges recht gut mehr kommt zwar nicht meiner Meinung nach an Crossroad, Garrison oder was noch gut Moskau ran also äh 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 ja 80 wenn ich sehe ich positiv also schlimmer als das letzte Gameplay kann es ist natürlich ganz klar die Leute die das bietet ich spiele hier auf auf PS5 und hier ist es und dann wieder vom Gegner von zu uns das gibt es in der Bibel und äh nicht wundern dieses Gepiepsel kommt immer wenn ich ein Schimpfwort sage ihr wisst ich habe Jugendschütze darf man natürlich nicht vergessen deswegen dass man hier auch keinen Ärger bekommt na komm komm du Wichser ich weiß das was schluss komm hab's gewusst ich bin denn mit das ist das ist ja nicht groß genug aber gut ich bin mal ein Kampf mit dem Schein ich bin ich jetzt hier auf den Nerven im Anflug oder spiele ich mich drum wie jetzt die 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 Wichser komm komm ich bin verbrain ich warte auf dich ich bin verbrain hier gut und noch eine Achtung Und? Oh, und? Komm. Komm, klack dich. Hab's gewusst. Deswegen nenn ich mich The Brainier. Wenn er mit uns steht. Bup. Obwohl, ist halt eine Beleidigung, oder? Also, halt. Fakt. Freck's auch. Feindlicher Kampfhubscher auf dem Maltflug. Loller kommt rechts wieder. Was ich hier natürlich sagen muss, durch meine, äh, ich hab jetzt mit, dass ich mit YouTube anfangen konnte und mit Twitch abgern kann, habe ich natürlich an einer ganz, ganz gewissen Person zu verdanken. Die darf ich natürlich nicht vergessen. Und das ist mein Bruder. Bester Freund Niklas. Cruci gehen hier an dich raus, Bruder. Ich danke dir in allen Unterstützungen und allen Sachen. Und, äh, gerne auch hier sein, äh, Twitch-Account abschicken. Nürnberg gerne auch ein Follow da lassen. Echter Ehrenmann. Ja. Kleiner COD-Wirn, aber, aber, trotzdem Ehrenmann. Erliklas. Äh, da geht's. Da war einer. Da sind noch ein paar. Tief machen. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Lagerbericht. Feindliche Spionagefluggericht. Na fall, Grupp fährte sich. Warte, drei, gegen. Oh Gott, Alter. Wurden so. B wieip. Geh mal da rein. Ich hab grad eben was gesehen. Ja. Bestimmt der Einzigste. Die kriegen wir. Hat auch nichts. die 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 Kerstin hat der Flugzeug im Anflug also die Leute sich so sieht übrigens um ich habe mir das Bild von meiner Frau erst mal aber ich die P5 wir auf Weihnachten bekommen ich hab's natürlich schon aber die P5 war so ein zweierster Schritt gedacht sie wollte nur das jetzt bis Weihnachten warten ich habe eine Frau eine Spielreflexkamera um geschenkt auf Weihnachten das ist ein Fluch den ganzen Tag Spanns was ich kein Spanns auch für mich interessiert immer in der Aufnahme kriege ich Nachrichten wie gesagt ich habe mir die Reflexkamera geschenkt und dazu noch ein Makro Objektiv aber es heißt Makro Objektiv ja Makro Objektiv um und da habe ich noch ein auf Blu-ray die ganzen die DVDs ich habe sie bekommen alle Teile weil ich feiere die Ranchers eigentlich gut als also ehrlich an der besten Film für die Schiene so die erste Sau ist ab alle Wälder gegen die Entführung zeigt eine Überlegung der Zeit meine Meinung wie gesagt Geschmäcker gehen hier auseinander ach komm da lässt sich immer einer ziehen alter Franzar wie schlecht bist du man das ist wasser gesprungen das ist doch als wasser gesprungen oh loo wir haben die Führung verloren Fotze manala BIP BIP äh gut und das ist das war am Anfang und schon immer so wegen mir nur was ist und bei den Sonderstern natürlich mit dem Pee was ich da machen und dann laufig gehen Brands haben wir erst damit 1 2 1 2 1 2 ist sehr schlecht wie gesagt ich habe mir lang gemacht ob ich morgen einfach frischen Video machen soll aber da ich jetzt eh noch Zeit habe und müde bin dachte ich mir ich werde es jetzt hier vor produzieren er ist es auch nicht in Deutschland sagt er ist es auch egal wie man es um das Video kommt was mich um was ich dazu gewundert habe ich sie es geht es bis zumal der Witz zu wollen klar ist nicht dass es sich über 21 bis 15 schon ein paar Punkte und Prozent man nimmt auch Prestige sehr lang so muss ich ehrlich sagen aber was man einstellen kann gut schicken manche einstellen kann das ist es es war hier entsprache deaktivieren muss schon immer stumm schulden da kann ich nicht so aber wie ich schon will wir gerne auch mal zum Sehen zu spiel ich ja auch was sie für uns war mit Spitzers Kompensator als Mündung unterlaufen Schleifschule Schalengriff als Magazin kann ich euch nicht zeigen da wie die Runde beginnt das war jetzt auch so jetzt kann es uns wieder zeigen das Magazin benutzt das getapte Magazin Handgriff Hammer Stopp Ballumwicklung und Schaft Hammer kein Schaft also so spiel ich so bei der Kratzer der Map EDI jetzt spielt so die XM 4 Spiel mache ich jetzt auch wahrscheinlich kann ich euch hier auch immer zeigen spiel ich hier mit dem Mikroflex LED wie sie hier mit der Mündung habe Schaltdämpfer drauf am lauflichen 13 7er Zugriff lauf Unterlaufen Schleifschalengriff wie auch bei der AKC 4 Uhr und das Handgriff haben mit dem Stopp Ballumwicklung Schaft haben schützt und sonst hier sieht die extra natürlich übergleich wir müssen seit Klasse stimmt da ist nämlich da habe ich mir keine extra Gier drauf gemacht sehe ich grad hm es geht auf jeden Fall los Berlin Ost Deutschland komm wir mal rein hier Stillehele Nacht Heilige Nacht alles schläft alles zerwacht nur der Hurensohn spielt scharf piep komm komm raus komm 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 mein Ende ist so schlecht um kotzen ooooh wir nehmen die Kontrolle es war nicht hier gespawnt da ist der Gegner drin oder nicht war der Gegner drin zumindestens mal diesmal wäre die Sponsysteme kompiliert für den Arsch er läuft schon im Visier rum wahrscheinlich schon eine ja guckt euch schließen wir sind zurückgefallen wir sind zurückgefallen wir sind zurückgefallen aus allem dabei außer nackt ausziehen oder so bin ich nicht raus wollte es ist einfach mal ich weiße das Wetter kommen aber ist jetzt ganz auf hinten laufen er liegt da die Fotze legt sich da hinten hin alter piep meine Fresse da läuft einer rein das also alles so blitzig und das Ja! Oh, zwei Leute, hab ich schon gesehen. Oh, einer gehört mir. Oh, hier mal random hier, zack. Kann ich nicht laufen. Da war jetzt auf einem einen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, ich... 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 Ach... die Vorräte rein? Alter wie dumm kann man es sein, wir hatten die da hingeworfen, Alter. Null. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Klacken Messer dreht da. Hurensohn. Piep! Ich sterbe teilweise so lächerlich, Alter. So lächerlich. Oh, da ist doch gut. Alter, wenn ich hier gestorben wäre, ich quitte den Stream ausgemacht und die PS4, ja, die PS5 per Verlosung verschenkt. Was meint ihr, Alter, wieviel Zuschauer ich hätte, wenn ich jetzt da einen Weg bekomme? Leute, ich verlose die PS5. So ein Zuschauer macht es leider. Ach, da habe ich Drohnen eingesetzt. Wohl Konterdrohne von dem Spiel dann draußen ist. Nein, den wollte ich doch wohl, wenn ich nicht schade. Auch dumm gemacht, ich hätte einfach warten müssen. Aber scheiß drauf. Wer hier erst einschaltet, ähm, dann sag ich es auch nochmal. Ich spiele wirklich aus Leidenschaft und aus Liebe und aus Spaß oder ich will es mir kein abführen. Es ist einfach nur noch zu chunky. Aber meine Kontakte, saß ich fast hätte so jusqu'n. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Doch da steht einer. Vielleicht kann man einen vom Spawn noch ziehen. Von Spawn. Seh ich keinen. Nach da hinten. Ich habe es die ganze Zeit gesehen, Alter. Dann habe ich es bei dem Gunfighter voll vergessen. Nein, der hat sich einfach kaputt ist. Ah, komm raus. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Das hole ich mit ein bisschen. Achtung. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo bist du hin? Wo kommst du her? Na ja, laden wir noch. Komm, 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 komm. Gut, wobei ich einfach auch gesagt habe, na, Gott. Irgendein Call of Duty Video jetzt. Ich werde so, äh, im... Natürlich werde ich auch andere Videos mal machen. Aufnahmen zeigen mit anderen Games. Aber im Endeffekt wird sich viel auf COD... Ähm... Aus werde ich mich zu viel aus COD ausleben. Weil es einfach das Hauptgame ist, was ich zocken werde. Das sage ich euch ganz ehrlich, ja. Also ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt auch hauptsächlich COD geben hier. COD-Content. Hier bei der Brain Family. Ich gehe jetzt auch mal in die Luft verursacht. Ich gehe jetzt mal in die Luft. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ein paar Leute. Wie ist das? Ich gehe jetzt auch in die Luft. ich soll gar nichts ist da an der Bremia vorliegen Schlicht und im Fenster die Meckermann zieht aus der Welt abdeckend sind was sie das Checkmate kommt und gewinnt wird mache ich mir schon vorreden ausolten der Abgeordnete vorreden zu spielen weil ich bei 90 Prozent immer nur Drohne drin ab lohnt sich nicht so selten wo man gut ist das sind solche Huren wie gesagt auch am Anfang gesagt ist halb eins das heißt ich kann jetzt so rumschreien überhangs wie Knossi ruhiger stream heute ruhiger stream komm was kommt mir jetzt nix ich rass gleich komplett aus ich rass gleich komplett aus ich rass gleich komplett aus hier ist ein feindliche Spionage Flugzeuge entdeckt das ist der Brain hier gleich die Idee hat da drin Spionage Flugzeuge entstanden der hockt da rechts und der Bombe ach da bei der A-Bombe ja für die die SNZ spielen bisschen Bescheid wo sagt er immer noch ne ne aber lang kommt einer haben sie gekillt ok ey kann ich auch mal net von hinten gekillt werden man verdammter Hurensohn bieb fahrzeugkopf ich guck dir das mal an ja ich dachte ich kann das ja da da hoch alter was das finde misset man 18.1 wann ich geh mich wieder hängen alter nicht mehr lange man muss kein CD-Konten mehr ich bin gleich um hier ich bin bei Skippo sag dir aber bitte Spionage der Flugzeuge der Spionage Flugzeug starten richtig wenn ich jetzt so auf bei Skippo jawohl ich will diese Situation wo man ran und dauernd scheiß Karten bekommt oder so Skippo oder so so Kartenspieler alter später kann man auch ausrasten der die Erfindung wird es endlich mal denn ich hätte von das sei hier von oben abknallt auf den zugebeten nachher die Miene gesehen HVA, die Mission Uhr ist abgelaufen. Ach, du Scheiße. Ah! So, Double Game in Ansage, komm, Nate. Ach, guck mal, woher das hieß. So eine Missgeburt. Bip, bip, bip. Ne, wir machen was. Bip, bip, bip. Es ist so lächerlich, was aus Puppe geworden ist von 10. Es ist so lächerlich, so hardcore lächerlich, Alter. Scheiß drauf, ne. Wir sind hier fertig. Das ist eine bisherige Zeit, in B3 haben. Ich würde sagen, wir werden auf die Aufnahme kehren zurück auf den Fortbild Brain. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine restliche schöne Zeit, eine rechtliche schöne Weihnachtszeit und Feiertage. Bleibt gesund. Wie gesagt, hier gerne ein Abo dalassen. Und das letzte. Letzte Video besuchen. Infokarte gerne das erste Video abchecken. Ich würde mich über euren Support sehr freuen. Hier auf YouTube, auf Twitch, auf TikTok, auf Instagram. Alles natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ab 1.1. gibt es 15. Ich kann es nicht auf YouTube sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tag oder Morgen. Bis dahin. Tschö, müde. Tschö.